Okay, das sieht gut aus. So, jetzt schon viel Erfolg. Boah, ich hab Angst. Warte, 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 warte. Also, ich bin dafür, dass er sich Wunderstand stellt, wenn er das ist. Nein. Vielleicht lass mich jetzt mal aufessen. Ah, nein. Ich weiß nicht, dass du da kriegst du drauf. Du willst bescheißen, du kriegst recht mehr auf den Löffel drauf. Ich wollte dich bescheißen. Ich muss ja jetzt schon kotzen. Ich kotze einfach gleich rüber. Das wäre super. Trinken darf ich gar nicht. Hey, du verwackelst das Video. Du musst das mit einmal im Mund. Ja, im Mund, aber nicht wunterschlucken. Das bleibt dir über der Löffel. Ja, du kannst es so langsam wunterschlucken, wie du willst. Aber es muss mit einmal im Mund. Also, wenn der Löffel einmal im Mund war, muss er wieder raus. Also, wenn der Löffel einmal im Mund war, muss er wieder raus. Der Rest ist dein Problem. Du musst den Mund atmen. Am besten nur klein halten. Ja, am besten nur klein halten. Ich wette, ich krieg die Hilfe rein. Guck mal in die Richtung. Es wackelt sonst zu hart. Das guckte Fleisch noch. Das guck. War das ein... Das guck. Das guck, du Lula. Das guck. Das guck. Das guck. Das guck, du Lula. Das guck. Warum kaufst du das? Das ist scheiß Pulver. Es ist ein bisschen trocken. Das guck. Das guck. Das guck. Das guck. Staubt das? Das wird immer witziger. Die Tadaude. Das guck. Das guck. Das guck. Mischen fällt. Kui. Wie gut das riecht. Hörst du, was riechst du nur so weihnachtlich? Ich komm da kann nie wieder zum Besten. Bekommen Bock auf Schmandkuchen? Badezimmer? Waschbecken? Ausspülen? Jetzt ein Bier drauf, das schäumt bestimmt nicht. Schmeckt bestimmt danach auch voll lecker. Weihnachtsbier! Du willst auch Löffelzimt? Das ist krass, dass es einfach so komplett trocken noch geblieben ist. Er hat mir nicht so viel Spuck gesagt. Es wird sogar spektakulärer vorgestellt. Ich stelle euch immer ein spektakulärer vor. Das ist der cool Donner. Du hast Bock auf Geld, oder? Ich finde Hörstchen hat sich echt gut gehalten. Ja. Das ging in die Nase, boah. Ja, das war's. Seit dem Chilipulver bist du abgehärtet, oder? Ja, ein bisschen. Boah, wie krass, eigentlich trocken das wird. Das ist ja schon die zweite Challenge, die er verkackt hatte. Ja. Willst du deinen Fans noch einen Gruß finden? Das kannst du nicht runterstoppen. Der ganze Mund ist einfach staubtrocken. Das ist nicht ohne Grund unmöglich. Ich glaub ich... Ein schönes Kommentar. Hast du noch mal ein Zehmer? Das ist nicht ohne Grund, oder? Ich glaub ich... Merde. Wenn ich nicht ohne Brüendsしい headphones verwege einen stelle dich weg. Ihr wisstでき.